Jüngst erzählten uns Ubisoft-Mitarbeiter nicht ohne Stolz, dass es Menschen auf diesem unseren Erdball gibt, die im Multiplayer von Assassin's Creed Brotherhood schon über 1000 Stunden verbracht haben. Auf diese Info hätten wir gerne mit Hey, es soll ja auch Leute ohne Leben geben gekontert, aber man hat uns nach Annecy in Frankreich eingeladen, um dort den Multiplayer-Part von Assassin's Creed Revelations auszuprobieren. Da verhöhnt man nicht einfach die Gastgeber. Außerdem hat uns der für Revelations überarbeitete Multiplayer tatsächlich richtig Laune bereitet. In Revelations stecken zwei neue Multiplayer-Modi. Der erste nennt sich Artifact Assault und dahinter verbirgt sich schlicht ein Capture-the-Flag-Spiel. Beide Teams verfügen über ein jeweils eigenes Territorium auf der Karte. Dringt man ins gegnerische Gebiet ein, ist man sozusagen zum Abmurksen freigegeben. Das heißt, die Mitglieder der gegnerischen Mannschaft dürfen einen umbringen. Man selbst darf die Gegner jedoch nur kurzfristig per Schlag oder Tritt lähmen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man unbehelligt zur gegnerischen Flagge kommt, um sich dann möglichst akrobatisch uneinholbar zum eigenen Flaggenpunkt zu bewegen. Nur stumpf die Straßen abzurennen, nun, das endet meist mit dem Tod. Mindestens so knifflig wie ein erfolgreicher Flaggendiebstahl ist eine erfolgreiche Verteidigung der Flagge. Zunächst mal ist es wichtig, nicht aufzufallen, man mischt sich also am besten unter das NPC-Volk und präpariert vielleicht noch den Flaggenbereich mit einer Rauchbombe. Erscheint dann der Angreifer und wird per Rauchbombe gestoppt, reicht ein Tastendruck, um ihn zu meucheln. Kommt dann aber gleich einer mit einer Blitzbombe hinterher? Nun gut, wenn die Flagge von mehreren Spielern verteidigt wird. Beim zweiten neuen Modus handelt es sich um eine als Deathmatch bezeichnete Variante vom bereits bekannten Wanted-Spiel. Jeder Assassine bekommt eine Zielperson vorgegeben, zu sehen in der oberen rechten Ecke. Anders allerdings als in Wanted hilft im Deathmatch keine Radaranzeige, um die Position des Feindes auszumachen. Die Hilfe muss aber auch nicht sein, denn im Deathmatch gibt's von jeder spielbaren Figur nur eine Version auf der Karte. Auch die NPCs sehen allesamt anders aus. Man sucht also nicht per Radaranzeige, sondern lediglich über die eigenen Gucker. Beide neuen Modi haben uns wirklich gut gefallen. Zur Langzeitmotivation können wir jetzt allerdings noch nichts sagen. Um das einschätzen zu können, müssen wir mehr, deutlich mehr als in Unsea bei Ubisoft spielen. Aber wir sind guter Dinge, dass uns Artefakt Assault und das herrlich unkomplizierte Deathmatch schon einige Stunden fesseln dürften. Über 1000 werden's allerdings mit Sicherheit nicht.